Ich hab ja noch meine Axt. Das gibt's nicht so gut. Warte, ein bisschen. Ach, bei mir. So. So. So, wenn ich sie solle. Ja. Ich hab jemanden geführt. So. So. Der ist. Was ist das? Wie ist es? Oh, Mensch. Ja, das ist das. Ich komme mal leer. Komm. Komm. Du bist toll, Dasha. Danke. Fühlst du noch? Nein. Boah. Na schießen. Nicht zu knapp. Headshot Bedecesse Klick Klick Und was machst du jetzt? Wie weiss mit denen? Sch الله wirklich auf die finding Komm schon Was machen Sie hier? Ich gebe Sie Ihnen nicht. Denkst du... Nein! Sie ist widerliches Schwein! Wie heißt die Klappen? Was? Was haben Sie vor? So. Schnell, ich habe dich. Ich habe dich. Warum nicht? Zurück! Ich will mich hier raus, Kleine. Ich habe dich. Ich bin losin. Oh, look. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist nicht so weit. Es ist nicht so weit. Komm, komm. Stop. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Du kannst sie nicht retten. Wie lange, bis sie von ein paar klickten Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Du wirst gar nichts spüren. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Betäubung wird noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber an einem gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört. Sie haben aufgehört, nach einem Allmittelzug. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihn verfolgen. Du würdest ihn verfolgen. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf, dein Kopf auf. No, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Sarah und ich sind viel so gemacht. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube... Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest dir gefallen. Ja. Hoch. Komm mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Okay. Ich helf dir. Hm. Okay. Na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Ja, sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Tess. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... ...viele Probleme mit dem Überleben. Aber... ...was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu legen. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Ich schwör es mir. Aber es... ...schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör es. Okay. Okay. Dann... Ich schwöre... Untertitelung des ZDF, 2020